13. Zuerst erhaschte Tessia einen Blick auf ein eigenartiges, dunkles Gebiet, in der Senke zwischen zwei Hügeln, und fragte sich, was es war. Es sah aus wie ein zweiter Himmel, aber dunkle, und es lag an einer Straße, an der sich Land hätte befinden sollen. Dann rollte der Wagen um einen Hügelvorsprung, und eine weite, blaue Fläche wurde sichtbar. Sie wusste, dass es das Meer sein musste. Was hätte es sonst sein können? Flach und doch ständig in Bewegung, als sei es lebendig, gekräuselt wie die Oberfläche eines Teichs, den der Wind kinzelte, und gelegentlich schäumend wie ein schnell fließender Fluss. Und auf dem Wasser erkannte sie Dinge, die sie bisher nur auf Gemälden gesehen hatte. Winzige Schiffe und noch kleinere Boote. Sie hatte sich an den Anblick noch immer nicht gewöhnt, als Imadin in Sicht kam. Auf der Straße herrschte nun mehr Verkehr, ein steter Strom von Menschen und Karren, Wagen und Vieh. Dieser Strom schlängelt sich entlang des breiten Flusses des Tarali nach Süden auf eine Hügelkette zu. Man hatte erzählt, dass die Stadt am Fuß des ersten Hügels lag, an der Stelle, an der der Fluss noch breiter und tiefer wurde und ins Meer mündete. Sein Hafen bot Schiffen einen sicheren Ankerplatz. Als der Wagen den Hügel passiert hatte, lag die Stadt als eine riesige, von Stein- und Dachziegeln bedeckte Fläche vor ihnen, und ihre Augen weiteten sich vor Staunen. »Du wirkst überrascht, Tessia«, bemerkte Jayan mit einem selbstgefälligen Lächeln. »Die Stadt ist größer, als ich erwartet hatte«, gestand sie und kämpfte ihren Ärgern nieder. »Imadin hat nur ein Drittel der Größe von Narvis, Sachakas Hauptstadt«, erklärte Dachonil. »Aber die Sachakana bevorzugen weitläufige, eingeschössige Häuser. Die Kyralia bauen zwei- oder dreigeschossige Häuser richtig beieinander, um mit weniger Platz auszukommen.« Sie drehte sich zu ihm um. »Warte einmal in Narvis«, er lächelte und schüttelte den Kopf. »Nein, aber die Beschreibung habe ich von einem Freund, der nicht zu Übertreibungen neugt.« Tessia blickte wieder auf die Stadt und versuchte, in dem Gewirr von Bauten etwas zu erkennen, das sie auf Karten und Zeichnungen gesehen hatte. Die Straße, die jetzt schon seit einiger Zeit gepflastert war, durchquerte die Stadt in einer sanften Kurve und lief dann entlang der Küste weiter. Dort, wo wir in die Stadt kommen werden, wird sie die Nordstraße genannt, innerhalb der Stadt heißt sie Hauptstraße, und auf der anderen Seite wird sie zur Südstraße, lief sie sich ins Gedächtnis. Alles sehr simpel und logisch. Fünf breite Straßen verliefen parallel zur Hauptstraße, jeder ein Stück weiter den Hügel hinauf. Vom Hafen aus führte eine breite Durchgangsstraße quer über diese sechs nord-südlich verlaufenden Straßen zum Königspalast. Dies war die Königspromenade, und ihre Kreuzung mit der Hauptstraße erweiterte sich zu einem großen, rechteckigen Platz, dem Marktplatz. Obwohl sie das alles wusste, war das meiste davon im Gewirr der Gebäude nicht zu erkennen. Sie konnte sehen, dass einige Dächer der Linie der Straßen folgten, aber im Wesentlichen bildeten sie ein Durcheinander von verschiedenen Formen und Größen. Einzig die Türme des Königspalastes auf der höher gelegenen Seite der Straße waren deutlich sichtbar. Als der Wagen die ersten Bauten an der Straße erreichte, wurde noch auffälliger, dass dies nicht die wohlgeordnete, saubere Stadt war, auf die die Karten hatten schließen lassen. Es waren Hütten, offenkundig aus Material errichtet, das ihre Bewohner gerade hatten zusammenklauben können, soweit Tessia erkannte. Scharen von schmutzigen, hageren Menschen in zerlumpten Kleidern standen und saßen davor oder gingen ihren Geschäften nach. Eine Frau, deren breites Grinsen einige wenige verbliebene geschwärzte Zähne entblößte, humpelte mit einem Korb voller runzliger Früchte auf den Wagen zu. Sie kam nicht allzu nah, wie Tessia bemerkte. Andere taten das Gleiche, während der Wagen vorbeirollte und boten Waren an, die nicht frischer oder reizvoller waren als die der Frau. Als Tessia an ihnen vorbeischaute, sah sie, dass eine endlose Reihe von Menschen, die sich vor den Wänden der Hütten zusammenkauerten, bittend die Arme hoben. Bettler, durchzuckte sie, die Hände oder Gefäße ausstreckten und um Münzen baten. Als sie genauer hinschaute, sah sie Wunden, die hätten gereinigt oder bedeckt werden müssen, Anzeichen einer Krankheit, die durch schlechte Ernährung verursacht wurde. Geschwüre, die ein tüchtiger Chirurg mühelos hätte entfernen können. Sie roch Abfall und Exkremente, Entzündungen und abgestandenen Schweiß. Sie war wie gelähmt, schockiert. Die Menschen brauchten Hilfe. Sie brauchten eine Armee von Heilern. Am liebsten wäre sie aus dem Wagen gesprungen und hätte gern etwas getan. Aber womit? Sie hätte keine Tasche mit Medikamenten und Instrumenten, keinen Brenner, um eine Klinge durch Feuer zu reinigen, keine Klinge, die sie hätte reinigen können. Und wo hätte sie beginnen sollen? Eine Woge der Mutlosigkeit schlug über ihr zusammen, wie ein eiskalter Regen, der sie bis ins Mark frösteln ließ. Als sie in ihrem Sitz sank, spürte sie, dass jemand sie beobachtete. Lothar, komm. Sie blickte nicht auf. Sie wusste, dass sie Mitgefühl in seinen Augen sehen würde und gerade jetzt hätte sie das nicht ertragen können. Ich muss dankbar sein, dass er es versteht. Er weiß, dass ich diese Menschen heilen will, aber es nicht kann. Ich will sein Mitgefühl nicht. Ich will das Wissen, die Möglichkeit und die Freiheit, etwas zu tun, um ihnen zu helfen. Und eine Erklärung, warum sie so leben. Und warum niemand sonst etwas dagegen unternimmt. Die Straße wurde plötzlich breiter und sie kam auf einen großen Platz. Auf der einen Seite konnte sie Schiffe und Boote sehen, festgemacht an langen Holzstegen, die in den Fluss hineinragten. Auf der anderen Seite führte eine breite Straße zwischen großen steinernen Häusern hinauf. Dies musste der Marktplatz sein. Sollten hier nicht Verkaufsboden stehen? Führte sie. Nur am Markttag. Jeden fünften Tag, antwortete Darkon. Der Wagen bewegte sich träge mit dem Strom anderer Gefährte, die auf die Königspromenade zustrebten. Sie kamen nur langsam voran. Gelegentlich erzwang sich an der größeren Wagen mit prächtigem Aufbau die Durchfahrt und protzig gekleidete Männer sorgten mit kurzen Peitschen dafür, dass andere Reisende schnell den Weg freimachten. Tassia fragte sich, warum niemand gegen diese beiläufige Brutalität protestierte. Das prächtig gekleidete Paar und die drei Kinder, die sie in einer der Kutschen ersperrte, schienen nichts davon zu bemerken. Lord Darkon sagte und tat nichts, aber sie war erleichtert, dass Tana nicht befahl, ebenfalls die Peitsche einzusetzen. Außerdem bemerkte sie, dass die meisten Gefährte die Straßenmitte mieden. Selbst die eleganteren Wagen scherten nur dann in die Mitte aus, wenn sie anschließend sofort wieder an den Rand fahren konnten. Als zwei Reiter in Livret die freie Mitte der Straße entlang galoppierten, vermutete sie, dass es sich um Diener handelte, die zum Palast unterwegs waren. Es musste ein Gesetz geben, das es untersagte, jemanden den Weg zu versperren, der die Straße in Angelegenheiten des Königs benutzte. Und das Bußgeld oder die Strafe mussten schwerwiegend sein, wenn selbst die Besitzer eleganterer Kutschen sich so streng daran hielten. »Siehst du diese Gebäude auf der linken Seite?« fritte Darkon und lenkt ihre Aufmerksamkeit auf die großen, bleichen Mauern in der Nähe. »Die Sarakana haben sie während ihrer Herrschaft hier errichtet. Obwohl sie sich die kyrallische Mzitte, mehrstöckige Häuser zu bauen, zu eigen machten, haben sie die Steine aus Steinbrüchen in den Bergen ihres Landes herbeischaffen lassen.« »Wie?« fritte sie. Dann fuhr dir klar, dass die Antwort offenkundig war. Und sie schlugte den Kopf. »Sklaven.« »Ja.« »Wer lebt jetzt dort?« »Wer auch immer das Glück hatte, sie zu erben oder reich genug war, um sie zu kaufen.« »Die Menschen wollen in Häusern leben, die Sarakana gebaut haben.« »Sie sind sehr gut gebaut. Warme im Winter, kühl im Sommer. Die Besten von ihnen haben Badezimmer mit fließend heißem Wasser.« Er zuckte die Achseln. »Während wir die Sarakana für barbarisch halten, weil sie andere versklaven, denken sie das Gleiche über uns, weil wir unkultiviert und schmutzig sind.« »Zumindest haben wir dazugelernt, als wir ihnen begegnet sind. Wir haben ihre Technologien übernommen, aber sie sind Sklavenhalter geblieben.« sagte Jaiyan. »Sie haben uns unsere Unabhängigkeit zurückgegeben,« stellte Darkon fest. »Das wurde durch Verhandlungen erreicht und nicht durch Krieg. Was für Sarakana das erste Mal war. Ist diese Bereitschaft zu reden, statt zu kämpfen, das Ergebnis unseres Einflusses?« Jaiyan blickte nachdenklich darin. »Vielleicht.« »Wie war Keralja dann, bevor die Sarakana kam?« wollte er es ja wissen. »Das Land bestand aus einer Vielzahl unabhängiger Territorien, die ebenso oft im Widerstreit miteinander lagen, wie Frieden unter ihnen herrschte,« erklärte Darkon. »Sie wurden nicht von einem einzigen Herrscher regiert, obwohl der Lord des südlichsten Kleinreiches der bei weitem mächtigste war. Alle kamen nach Imerdin, um Handel zu treiben, und er wurde reich, weil er das Zentrum des Handels kontrollierte. Stammt König Erik von diesem Lord ab? Nein, der südliche Lord starb während der Invasion durch die Sarakana. Unser König stammt von einem der Männer ab, die unsere Unabhängigkeit ausgehandelt haben. Wie haben die Magier vor der Invasion gelebt? Es gab nicht viele davon, und die meisten verkauften ihre Dienste an die Herrscher der Kleinreiche. In den wenigen Dokumenten, die aus dieser Zeit erhalten geblieben sind, werden nicht mehr als sieben erwähnt. Dort findet sich auch keine Beschreibung höherer Magie. Manche Menschen glauben, die Sarakana hätten die höhere Magie entdeckt, und dies sei der Grund, warum sie so viele Länder so schnell erobern konnten. Aber als die Kenntnisse der höheren Magie sich in diesen Ländern ausbreiteten und einheimische Magier den Sarakana an Stärke zunehmend gleichkamen, verloren sie ihre Länder schließlich wieder. Der Wagen wog in eine der Nebenstraßen ein. Das sie hatte vergessen, die Straßen zu zählen. Daher hielt sie jetzt Ausschau nach einem Straßenschild. An der Mauer eines der Eckhäuser befand sich eine schmale, bemalte, befand sich eine bemalte Metallplatte. Vierte Straße stand darauf geschrieben. Aufgrund ihrer Lektionen über Imadin wusste Tessia, dass Menschen, die in Häusern in der Nähe des Palastes lebten, immer allgemein wichtiger und mächtiger waren als jene, die weiter unterhalb lebten. Das traf jedoch nicht in allen Fällen zu. Einige mächtige Familien lebten eher in der Nähe des Marktplatzes, weil sie oder ihre Vorfahren zwar ihren Wohlstand, aber nicht ihren Einfluss verloren hatten. Oder vielleicht, weil ihr Haus ihnen einfach gefiel und sie nicht umziehen wollten. Als Darkon ihr von der Gesellschaftsstruktur immer Dins erzählt hatte, hatte Tessia überlegt, ob die Bewohner der Häuser vielleicht ständig wechselten. Er hatte ihr erklärt, dass dies selten geschah. Die mächtigen Familien Kyraljas hatten gelernt, an ihren Besitz festzuhalten, und nur die dramatischsten Umstände konnten sie dazu zwingen, ihn aus den Händen zu geben. Wenn Darkons Gastgeber in der vierten Straße litten, so mussten sie wichtig sein. Die meisten der Häuser an der vierten Straße, die Tessia sehen konnte, waren von Sachakanern gebaut, oder vielleicht Nachbildungen von deren Bauten. Der Wagen hielt an einer großen Holztür, die zentral unter einem breiten, langen Vordach stand. Ein Mann in Uniform trat vor und verneigte sich. Willkommen, Lord Darkon, sagte der Mann. Er legte Jain steif zu. Meisterschüler Jain? Dann weihte sie sich zu ihrer Überraschung ihr selbst zu. Meisterschülerin Tessia. Lord Everhan und Lady Avaria erwarten euch und bitten euch und bitten euch, sich für eine Nachmittagserfrischung zu ihnen zu gesellen. Danke, Leran, sagte Darkon und stieg aus dem Wagen. Sind der Lord und die Lady wohl auf? Lady Avaria fühlte sich in den letzten Monaten ein wenig schwach, aber seit einigen Wochen geht es ihr viel besser. Sobald sie alle ausgestiegen waren, lenkte der Kutscher sein Gespann durch das große Kutschentor in einen Innenhof des Anwesens. Leran geleitete sie durch den Haupteingang, aber sie gelangten nicht in eine große Empfangshalle, wie Tessia erwartet hätte, sondern in einen breiten Flur. Darkon drehte sich zu Tessia um. In sarakanischen Häusern nennt man diesen Flur, Aufgang, erklärte er ihr. Der Raum am Ende heißt Meistersaal, da der Besitzer des Hauses dort Besucher empfängt und bewertet. Der Raum, den sie betraten, war sehr groß. Etliche mit Kissen bezogene Bänke waren darin verteilt und wo keine großen Schränke an den Wänden standen, hingen Gemälde, Wandbehänge und Schnitzereien. Türen führten in alle Richtungen. Es war keine Treppe zu sehen, da vermutete Tessia, dass die Stiege in den oberen Stock sich anderswo im Haus befinden musste. Mitten im Saal standen zwei Menschen, die ihre Besucher anlächelten. Das müssen Lord Everon und Lady Avaria sein. Sie waren jünger, als Tessia erwartet hatte, wahrscheinlich noch keine dreißig. Lord Everon war ein hochgewachsener, dünner Mann mit dem typischen dunklen Haar der Keralia, aber seine Haut war dunkler als gewöhnlich. Ein angenehmer Goldton. Er war auf eine glatte, gepflegte Art, recht gut aussehend, befand sie. Eine Frau wie Lady Avaria hatte Tessia noch nie gesehen. Ihre Gastgeberin war sehr attraktiv, aber auf eine zurückhaltende Weise. Sie ist das, was Mutter meinte, als sie versuchte, mir Eleganz zu beschreiben, ging es Tessia durch den Kopf. Aber etwas in Avarias Gesicht, ein schämliches Funkeln in den Augen, ein keckes Zocken in ihrem Lächeln, ließ etwas Spielerisches unter der Zurückhaltung an. Und diese Frau ist eine Magierin, rief sie sich ins Gedächtnis. Evarans Miene verriet unverholene Freude, als er Darkon begrüßte und seinen Gast auf die Oberarme schlug. Tessia war inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass dies eine Art Begrüßung unter wichtigen Männern war. Sie bemerkte, dass er Geyan nicht mit der gleichen Geste auszeichnete. Laut Gila hatte das ebenfalls nicht getan, erinnerte sie sich. Vielleicht wurde ja ihn nicht als wichtig betrachtet, bevor er ein höherer Magier war. Lady Avaria folgte dem Beispiel ihres Gemahls nicht. Sie lächelte und berührte Darkon sacht an der Wange. Es ist schön, euch wieder hier zu haben, Darkon, sagte sie mit einer warmen, tiefen Stimme. Dann wandte sie sich zu Geyan um. Willkommen, Meister Schiller Geyan von Dreien. Sowohl ihr Gastgeber als auch ihre Gastgeberinnen waren aufmerksame Beobachter, denen wenig entging, wie Tessia auffiel. Als sie sich zu ihr umdrehten, hatte sie das deutliche Gefühl, einer scharfsinnigen Musterung unterzogen zu werden. Na gut, dass ich nicht dazu neige, zu plappern, wenn ich nervös bin, dachte sie, während sie die Fragen ihrer Gastgeber beantwortete. Und dass ich nichts zu verbergen habe. Ich vermute, dass es den beiden niemals entgehen würde, wenn ich mich verplappern würde. Die Gehilfe eines Heilers, erkundete Havaria sich. Ich habe eine Freundin, die sich zur Heilerin ausbilden lässt. Ich könnte dafür sorgen, dass sie einander kennenlernt, vielleicht beim Mittagessen oder bei einer ähnlichen Gelegenheit. Tessia blinzelt überrascht. Ich war nur eine Gehilfin. Eure Freundin wird meine Kenntnis vielleicht ziemlich dürftig finden. Oh, ich bin davon überzeugt, dass ihr eine ganz faszinierende Person seid, versicherte Havaria ihr. Und ich freue mich schon auf eine neue Gefährtin, die mich beim Einkaufen begleitet. Sie weinte sich an Dacon. Also, habt ihr eurer Meisterschülerin das gewohnte Taschengeld zur Verfügung gestellt? Dacon kicherte, sobald wir alles ausgepackt haben. Die Preise sind seit eurem letzten Besuch beträchtlich gestiegen, warnte Havaria ihn. Da dies Tessias erster Besuch ist, braucht sie mehr als die üblichen Dinge. Tessias spürte, dass ihr Gesicht heiß wurde. Nein, ich brauche nicht, begann sie, war jedoch ab, als sie in die Hand ausstreckte, ihr Einhalt zu gebieten. Oh, das brauchst du sehr wohl, sagt er leise, wenn du Avarias Gesellschaft länger als fünf Minuten überleben willst. Die Frau sah zu ihm hinüber und kniff die Augen zusammen. Das habe ich gehört. Sie hat außerdem sehr scharfe Ohren, warnte Tessias. Fünf Minuten, die Frau schnalzte mit der Zunge und ihre Augen blitzten vor Erheiterung. Ganze fünf Minuten. Ich werde etwas tun müssen, um meinen Ruf zu retten.